Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich habe wirklich eine fette Überraschung für euch und zwar habe ich etwas erlebt, was ich so in dieser Form nie erwartet hätte. Das ist ganz einfach, dass ich ein paar Samples von Klonen gekauft habe, von bestimmten Düften und ich fand die eigentlich gar nicht gut. Und dann hat mir aber ein Zuschauer in die Kommentare mal geschrieben, ich soll die einfach ein halbes Jahr in der Schublade liegen lassen und dann schauen, wie sie sich entwickeln. Er hätte da sein blaues Wunder erlebt und das habe ich getan und deshalb möchte ich euch in dem heutigen Video gerne mein Ergebnis davon präsentieren. Beziehungsweise ein halbes Jahr war es nicht, es war glaube ich nur ein Monat, aber trotzdem habe ich sie jetzt eine gewisse Zeit da liegen gehabt und ich bin wirklich überrascht gewesen, wie krank die sich verändert haben. Und um das direkt schon mal vorweg zu sagen, es geht um die Parfums von Perfume Parler. Ich habe diese Marke schon bestimmt ein halbes Dutzend Mal auf meinem Channel gezeigt. Viele von euch haben sie auch ausprobiert, sind begeistert davon und ich werde euch deshalb gerne alle Infos dazu in der Beschreibung verlinken. Schaut bitte gerne auf den ersten Link, da könnt ihr euch nämlich registrieren und wenn ihr euch registriert über meinen Link, bekommt ihr 10% Rabatt und ich bekomme 10% von dem, was ihr da ausgebt. Was eine schöne Unterstützung finde ich für diesen Kanal ist, wenn ihr da etwas zurückgeben möchtet. Ist übrigens im UK das Haus, ich bekomme da immer wieder Fragen zu und deshalb für euch einfach nur so zur Info. Aber ich habe hier einen Duft stehen, wo ich sagen muss, der hat sich ja schon sehr deutlich verändert, ist aber noch nicht so 100% an dem Original dran. Und das ist der Klon von Louis Vuitton Ombre Nomade. Und es ist ehrlich gesagt unfassbar schwer, einen richtig guten Ombre Nomade Klon zu finden, weil diese DNA irgendwie so unik und einzigartig ist, dass es keiner so wirklich hinbekommt. Ich würde sagen, dass ihr hier mit 99% rankommt oder 95% sagen wir mal. Das große Thema hier dran ist aber einfach die Performance von diesem Duft. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich einfach nasenblind bin. Ich habe mich damit richtig krass eingesuppt. Aber die Sache ist einfach, dass wir hier quasi so eine leichtere Variante von Ombre Nomade haben. Und was für mich persönlich diesen Luxusduft, muss man ja sagen, weil der ja wirklich auch jetzt im Preis sehr deutlich nochmal gestiegen ist, auszeichnet, ist ja in erster Linie, dass er einfach so diesen richtig fetten Kern hat. Ja, und diese richtig krasse Performance. Und hier ist es so, ich habe das Gefühl, dass dieser 7-Euro-Klon, was in keinem Verhältnis steht zum originalen Verkaufspreis, dass diese Geschichte sich einfach in Richtung von Ombre Nomade so richtig entwickelt hat. Also du bekommst, wenn du den trägst, immer mal wieder so einen Duftschwall davon ab und anderen Leuten fällt das doch auf. Aber er hat einfach nicht so diese intensive Power, diese intensive Kraft, die da so hinter steckt. Ja, und das ist für mich so der größte Kritikpunkt, sage ich jetzt mal, was für mich persönlich aber schon relevant ist. Aber jetzt nicht so krass, dass ich sagen würde, man kann das auf gar keinen Fall probieren. Es ist einfach so, dass die anderen sich wirklich so im Laufe der Zeit komplett in Richtung der Originale entwickelt haben. Und der hier ist einfach der Einzige, der so ein bisschen da. Aber um das auch nochmal so ein bisschen zu vergleichen mit dem, wie ich es vorher gerochen hatte. Ich weiß noch, als ich den live auf Twitch getestet habe, war ich so, boah, der riecht einfach gar nicht wie Ombre Nomade. Ja, der hat irgendwie so eine T-Note und sowas. Ganz, ganz komisch. Also er roch wirklich gar nicht danach. Und jetzt habe ich ihn letztens nochmal blind tatsächlich aufgesprüht. Denn vorne stehen tatsächlich die Namen drauf, aber nicht wirklich, an welchem Duft die orientiert sind. Und manchmal kann man das einfach nicht. Also der hier heißt Kart Wander. Da kann man einfach nicht, also woher soll ich denn wissen, dass das Ombre Nomade ist, ja? Also habe ich den aufgesprüht und ich habe gemerkt, oha, krass, das muss ein Ombre Nomade-Klon sein. Habe dann in mein altes Video reingeschaut und habe gemerkt, jo, krass, ich fand den damals wirklich gar nicht so vergleichbar damit. Also das ist schon mal so der erste, falls ihr einen Ombre Nomade-Klon haben wollt. Euch ist die Performance nicht so extrem wichtig. Es ist okay, wenn das Ding auffällt und wenn andere das riechen. Und wenn ihr hin und wieder mal so einen Schwall bekommt, aber ihr müsst jetzt nicht so diese extreme Power haben, dann würde ich sagen, da auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Deal. Der nächste, der mich wirklich sehr deutlich überrascht hat, ist dann der Herod von Parfas de Mali. Und der hier heißt Warrior, also Krieger auf Deutsch. Und hier ist es so, dass der sich wirklich so an diese alten Badges von Herod angepasst hat, ja? Und zwar finde ich eine Sache sehr krass und zwar, dass man es hier geschafft hat, den Duft wirklich so in diese Tabak-Richtung zu bringen, in diese trockene Tabak-Richtung. Ich weiß noch, ich hatte ja in einem Video von der Marke mal den, egal, auf jeden Fall den Red Tobacco von dem Haus, was mit Montal zu tun hat. Ihr werdet schon wissen, wer das ist. Und das fand ich schon sehr, sehr krass, weil der wirklich sehr nah dran war. Den Herod im Vergleich gar nicht mal so. Also Herod war für mich ein bisschen zu, ja, wieder auch wieder so dieses, dass man das Gefühl hatte, da ist irgendwie so eine komische Beinote mit drin, aber irgendwie ist das nicht 100%. Und irgendwie ist das Teil jetzt so krass nachgereift, dass er diese richtig schöne dunkle Tabak-Note hat. Und vor allen Dingen, das finde ich eben so krass, diesen Kirschtabak, den Du bei früheren Herod-Badges hast. Bei den neuen Badges irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was die verändert haben. Irgendwie ist das Ganze leichter und so ein bisschen süßlicher geworden. Aber diesen Kirschtabak, den man früher drin hatte, das rieche ich jetzt hier sehr, sehr deutlich raus. Und das ist wirklich eine 1 zu 1, ich habe den Herod ja zu Hause, eine 1 zu 1 Kopie von dem Herod. Mega krass. Also hat mich wirklich so am meisten fast schon überrascht, dass dieser Dupe quasi komplett ähnlich riecht, ja. Genauso ist es bei Maison Francisco Gjan, Oud Satin Mood, Extrait de Parfum. Das hier habe ich, glaube ich, auch im Stream schon mal getestet. Aber man riecht hier tatsächlich schon am Zerstäuber, dass dieser Duft einfach 1 zu 1, so riecht wie das Original, ja. Also der ist so stark. Und das ist ja auch das, was Oud Satin Mood so ein bisschen auszeichnet. Der ist so stark, dass man einfach das durch den Zerstäuber durchriecht. Finde ich absolut krass. Und du hast hier einfach diese wunderschöne, pralinéartige, süße Rose. Ich war nicht ganz ehrlich mit euch. Er ist, glaube ich, so zu 99 Prozent akkurat. Ich finde, er ist ein bisschen süßer und ein bisschen fruchtiger noch. Auch, was mich persönlich gar nicht so stört, ich mochte bei Oud Satin Mood diese trockene und dunkle, staubige Rose sehr gerne. Das ist hier auf jeden Fall auch. Aber ich finde, er hat noch so ein bisschen mehr so einen Citrus oder so einen frischen Kick am Anfang und so ein bisschen was Fruchtigeres, was da noch mitschwingt. Was ich persönlich gar nicht so verkehrt finde. Aber auch hier ist es so, der raucht vor zwei Monaten noch komplett anders. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber es ist irgendwie, hat es sich sehr krass nochmal gewandelt, ja. Gut, der nächste ist dann der Alexandria 2. Das war für mich tatsächlich der Duft, der mich am meisten enttäuscht hatte. Von den Düften, weil ich mir gedacht habe, das riecht gar nicht wie Alexandria 2. Und wir wissen ja auch, ich habe vor einer Weile mal dieses bei Heidenreich Video gedreht. Da gab es ja auch einen Alexandria 2 Klon und der war für mich auch gar nicht gut, ja. Diesen einen Klon habe ich übrigens auch dann ein halbes Jahr später nochmal getestet und der roch immer noch scheiße. Also ganz ehrlich, so für mich war das immer noch keine Alternative. Aber hier ist es tatsächlich komplett anders. Kann man jetzt auch wieder glauben oder nicht, aber es ist tatsächlich sehr spannend, weil es sich nämlich genau in Richtung Alexandria 2 entwickelt hat. Vor allen Dingen eben so mit diesem pudrigen, süßlichen Duftverlauf und einfach dieser, ja, dieser wunderschön orientalischen, pudrigen, süßlichen DNA, die Alexandria 2 so hat, ja. Ich finde auch hier sehr spannend, es gibt ja auch verschiedene Versionen von Alexandria. Alexandria 3 zum Beispiel hat viel, viel mehr Rose. Und hier hat man das eben auch sehr gut hinbekommen, dass der einmal komplett so riecht, diese Rose einfach auch ein bisschen im Hintergrund ist. Also du hast mehr so diesen pudrigen Charakter, den Alexandria 2 eben auch ausmacht. Gut, dann die letzten drei, äh, haben wir hier einmal Rosy Smoke und das ist der besagte Red Tobacco-Klon von Mancera. Und hier ist es so, dass mich das wirklich überrascht hat, weil Red Tobacco für mich nämlich immer eine sehr eindimensionale Richtung hatte, ja. Ich finde den Duft sehr schön, ich empfehle den auch sehr gerne den Leuten, wenn es um Tabakduft geht, weil er nicht sehr teuer ist an sich schon und einfach auch eine gute Qualität bietet. Was mich bei Red Tobacco aber immer so ein bisschen gestört hat, ist, wenn du den aufsprühst, der ist wirklich wie so ein Brett, ja. Das heißt auf der einen Seite natürlich positiv, dass er eine sehr gute Performance hat und sehr, sehr stark ist. Auf der anderen Seite vermisse ich da aber so ein bisschen diese feinen Nuancen, ja. Und ich möchte einfach, wenn ich einen Duft kaufe, nicht das Gefühl haben, dass der irgendwie billig riecht und dass der diese Nuancen einfach nicht ausspielt, ja. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich trage so ein Brett, wo es nichts zu entdecken gibt, ist es für mich immer so ein bisschen schade, ja. Ich weiß, viele von euch sehen das anders, bei vielen Montaldüften ist es ja auch so und bei Mancera eben auch. Ich meine, Geschmäcker sind verschieden und ich weiß, dass es nicht jedem so geht, aber für mich persönlich ist das einfach ein sehr guter Punkt. Und hier ist es so, hier hat er einfach diesen dunklen Tabak, ja. Ich finde, er hat noch mehr von diesem Tabak. Ich finde, er hat auch weniger von diesem fruchtigen und wirklich mehr von diesem rauchigen Tabak. Fast schon so ein bisschen wie ein Duft von Fortin Manley, den ich mal getestet hatte, den Late Harvest. Der hat nämlich auch diese sehr, sehr deutliche Pfeifentabaknote. Und hier habe ich das Gefühl, es ist deshalb auch so ein bisschen mehr los. Ich habe jetzt den Red Tobacco nicht zum Vergleich da. Das heißt, ihr müsst es bitte auf jeden Fall auch nicht für bare Münze nehmen, was ich hier sage. Es kann auch einfach sein, dass ich da irgendwas rausrieche, was jetzt so damit zu tun hat, dass es ein Klon ist. Ich weiß es nicht. Und ehrlich gesagt, da auch hier der kleinste Unterschied ist vom Verkaufspreis von dem Original zum Verkaufspreis von dem Klon, finde ich das gar nicht mal so, so wild, ja. Aber trotzdem, hier auch wieder Red Tobacco auf jeden Fall da, ja. Und sehr stark vertreten. Allerdings finde ich ein bisschen leichter und ein bisschen transparenter, was dem Duft aber auf jeden Fall zugute kommt. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne. Ich glaube, das kann man sich auch einfach easy als Alternative mal holen, um mal so ein bisschen zu gucken, ob einem vielleicht eine leichtere DNA besser gefällt. Deshalb an dieser Stelle sei es nur dazu gesagt. Gut, die letzten beiden, bevor ich zu meinem absoluten Platz Nummer 1 komme, gehen wir jetzt nochmal kurz zu Parfums de Malie Layton, zu dem Klon davon. Das ist nämlich der Herb Garden. Und hier ist es so, auch dieser Duft hatte im Stream für mich nicht viel mit Layton gemeinsam. Auch hier ist es so, ich habe Layton genauso wie Herod zu Hause, habe das AB getestet. Und inzwischen ist der wirklich zu 90, 99 Prozent ist der wirklich da. Und das Spannende ist, dass er, finde ich, eine etwas grünere Note noch hat. Also man merkt so ein bisschen, das, was ich im Stream gesagt hatte, dass der für mich grün riecht und nicht wie Layton, das merkt man wirklich jetzt immer noch so ein bisschen raus. Allerdings haben sich diese fruchtigen Noten und dieses Apfelige und dieses Zimtige, das hat sich so richtig schön nachentwickelt. Und du hast zwar immer noch so diese leichte grüne Note drin, vielleicht ein bisschen grüner Apfel statt so einem vollfruchtigen Apfel wie bei Layton. Aber es hat sich zu 99 Prozent dahin entwickelt und von der Performance her dürfte das hier der stärkste sein, den ich hier habe. Also von diesen sieben Dingern ist das, glaube ich, der, der am stärksten ist und der am stärksten, der am längsten hält, der am meisten projiziert. Und für mich finde ich, ich finde, das ist ein absolutes, das ist ein absoluter Geniestreich. Die haben sogar dieses Fruchtkaugummi-ähnliche, was ich bei Layton rausrieche, kopieren können. Das ist total verrückt. Also sogar dieses leicht Kaugummi-artige, pudrige, würde ich sagen, das haben die wirklich auch hinbekommen. Absolut verrückt, ja. Hat sich also sehr, sehr schön nachentwickelt und deshalb auch an dieser Stelle sei gesagt, Layton für mich eine sehr gute Empfehlung. So und das eine Teil, was mich aber jetzt komplett aus den Latschen gehauen hat, das sage ich euch an dieser Stelle ganz offen und ehrlich, das ist tatsächlich der Hachivat-Klon, der Zagros. Ja, wir alle kennen Hachivat, ja, das ist so diese leicht, für mich persönlich leicht teigere Variante von Creed Aventus, ja. Ich meine, das ist ein Duft, der ganz, ganz eindeutig an Creed Aventus orientiert ist. Wir haben jetzt auch gesehen, es kam jetzt auch ein neuer raus, der Hachivat X, wo sie scheinbar auch ein bisschen noch was anderes probieren. Ich muss auch noch gucken, ob ich mir den irgendwann hole und ausprobiere, aber hier ist es eben so, das ist wirklich 1 zu 1 Hachivat für einen Bruchteil vom Preis. Finde ich absolut krass. Ja, der ist auch wirklich der, der mich am allermeisten überrascht hat, weil da weiß ich noch, im Stream hatte ich das Gefühl, so irgendwie auch wieder ist das gar nicht, hat das gar nichts damit zu tun. Und hier ist es jetzt 1 zu 1 von Anfang an, ohne die jeglichste Abweichung. Finde ich sehr, sehr heftig. Und ja, während die anderen vielleicht noch so ein bisschen anders losgehen und sich dann so nach 2, 3 Sekunden oder nach einer Minute in Richtung von dem Original entwickeln, ist es hier wirklich von Anfang an so. Und der wird wirklich immer besser, je länger man den trägt. Also Hachivat-Klonen auf jeden Fall für mich eine uneingeschränkte Kaufempfehlung. Trotzdem auch an dieser Stelle vielleicht nochmal ein kleines Fazit. Auch nochmal ein bisschen was zum Thema Klone. Ich meine, man muss sich keine Klone kaufen. Ich drehe diese Videos einfach dafür, dass die Leute auch, die jetzt vielleicht nicht so Zugang zu den Nischendüften haben, sich das gerne mal anschauen können, wie das Ganze riecht. Ich würde grundsätzlich immer sagen, sich das Original kaufen. Ich weiß aber auch, dass es dafür einen Markt gibt. Und ganz ehrlich, Freunde, wenn ihr euch diese Klone kaufen wollt, gerne auch mit meinem Rabattcode, dann macht das gerne. Und ihr unterstützt damit natürlich auch diesen Channel. Deshalb finde ich, das ist an dieser Stelle ehrlich gesagt auch ein fairer Deal. Aber das wären zum Beispiel sieben Dinger, wo ich sage, ich hätte nie erwartet, dass sie sich noch in die Richtung entwickeln von den Originalen. Und ich war wirklich am Anfang ein bisschen enttäuscht, als ich die gekauft hatte, weil ich dachte, yo, jetzt habe ich da wirklich 50 Euro oder was, habe ich da wirklich in den Müll geworfen, ja, weil ich die Sachen noch nicht verwenden konnte. Und dann zu sehen, dass einfach ein Monat oder zwei Monate Reifephase und einfach im Regal stehen lassen, das so krass verändern, hat für mich wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das ist also meine Meinung zu diesen sieben Düften. Ich wollte euch das nur kurz mitteilen. Wie gesagt, alle Infos dazu stehen in der Beschreibung drin. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir auch eure Meinung zu Perfuenparler mitteilt, ja. Habt ihr davon Düfte schon getestet? Was habt ihr so festgestellt, was euch gut gefällt? Und ansonsten, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Kai.